Artholias Sturzlitz Euro-Trags Simulator 2 mit mir dem Tobi etwas passiert und zwar habe ich mir ein paar Gedanken gemacht weil ich mittlerweile jeden Abend irgendwie Tod ins Bett falle ich bin einfach nur noch im Arsch weil ich aktuell halt von Aufnahmen nach zu schneiden, nach Upload und wenn der Upload fertig ist geh ich dann direkt ins Stream über das ist nicht ganz so optimal würde ich jetzt einfach mal so behaupten ich hab keine gewisse Zeit mal hier ein bisschen verschnaufen oder so außer gestern hatte ich es als ich mit Yuki Golvid gespielt hatte das hat auch echt sehr viel Spaß gemacht meine Fresse hat das gut getan also ich habe mir da jetzt was überlegt und ich hab auch mit Robin schon geschrieben er hat gesagt, dass wir am besten mal Kontakte kleine Simul-Bespreche machen oder so ich werde es jetzt erstmal so probieren dass ich sage alle alle jetzt ist Euro Truck Simulator Park 3 American Truck Simulator Bus Simulator werden alle in drei Stunden verschoben war drei Stunden abkennen jetzt kommt dann um 16 Uhr Parkland 6 30 17 Uhr und so weiter das macht nichts am Morgen nicht so reißen muss und sagen muss ja was ist jetzt sondern dass ich auch noch ein bisschen verschnauft Zeit haben um das Hauspark wird um die gewohnte Zeit kommen Formel 1 wird um die gewohnte Zeit kommen außerhalb dieser Woche wie gesagt da ist jeder unterlaufen m außerhalb Wolli fallen und brennen Samstag und Montag normalerweise kommt ja noch was Training mit Vorks aber sagst UBS dachte sich und die wird noch so zu erzählen ich hoffe dass es diese Sache ist diese um Strukturierung besser wird bei Wurz an manchen Namen abenden denke ich mir einfach ohne Scheiß was machst du das eigentlich wenn ich einfach ich will nicht sagen das ist mir kein Spaß versteht falsch gemacht es ist sehr 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 viel Spaß aber es ist halt auch sehr anstrengend für Leute die sowas nicht machen oder nie gemacht haben die werden nie verstehen warum das anstrengend sein kann aber ich sag mal so um und dann ist es bei mir so ich hab fünf letzten mindestens fünf Let's Play Projekte als Videos nicht als Livestream gleichzeitig auch noch ich habe dann halt noch die Livestreams die ich ganz gerne zwischen die ich ganz gerne noch mache und es ist zum Beispiel bei Formel 1 so dass ich pro Formel 1 Aufnahme gehen circa zwei bis vier Stunden drauf also das ist nur die Aufnahme dann muss das noch geschnitten werden und dann muss das noch hochgeladen werden also dann einen Rändern das nimmt sie ja viel Zeit in Anspruch das ist jetzt auch nicht so dass das jetzt ich will nicht sagen dass es körperlich anstrengend ist weil für mich meine Augen ja gut andere Sache das ist aber mein Bier das ist mein Problem ich trinke kein Bier ähm aber ich hoffe ja dass ich mit meiner neuen Brille die ich dann vielleicht bekomme dass ich dann nicht mehr so arg habe aber das zieht sich halt nur ein paar Monate hin bis ich die habe um um ich sag mal so ich habe mittlerweile eine 50 bis 70 stundenwoche an youtube komm wir hauen uns hin wauw Ich hätte auch Raum für die Restzeit aufgeben sollen. Ja, da werden wir jetzt wahrscheinlich draufzahlen müssen. Ich hätte durchfahren sollen ohne Spaß. Ich wollte nur nicht wieder latzen. Naja, wirklich jetzt. Oh Mann, weißes Auto. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich verstehen werden. Was ich meine. Obwohl das so anstrengend sei und so. Oder ob geflamed kommt. Naja, die Folgen werden ja nicht helfen. Ich würde jetzt einfach sagen, abbrechen. Nein. Stopp. Nicht mit mir. Ja. Ich bin mal ganz, midlife. Ich bin ja, abgeklar. Biegler, was ich auf dem D drumherap. Weil die Foto ist. Ich glaube, das mit dem ich fast alles nach drei Stunden nach hinten verschoben habe, das wird mir sehr gut gucken. Ich fühle jetzt schon wie dieser so ein bisschen Zeitdruck von mir genommen wird. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das fühlt sich ziemlich gut an. Ich könnte den Auftrag jetzt einfach abrechnen, aber das mache ich nicht eigentlich. Ich erzähle das jetzt Deutsch. Auch wenn die Musik mir langsam auf den Sack geht. Nein, wie wollen wir das? Auch nicht. Jetzt nicht. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Vielleicht gehen wir in Far Cry weiter jagen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Und dann habe ich noch ein paar andere Autoversysteme. Und wir sagen Köcher, damit wollen wir ja weiter... Hm, hm, hm. Hm? Wirst du dazu fangen, weil... Einbar dazu. Wirst du dazu fangen. Wirst du dazu fangen. Musik Untertitelung. BR 2018 So... This one make up. Anstall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020